Hey Leute, ich bin Aurel und willkommen zu einer kleinen Runde Minecraft Skywars. Und ja, ich habe ein paar coole Änderungen, also für den Content, für den Kanal, für den Well. Und ja, ich habe jetzt ja längere Zeit kein Video mehr hochgeladen. Das hier wird jetzt wahrscheinlich auch noch ein kürzeres, weil ich das einfach mal ansprechen will. Und ja, also, ich habe mir überlegt, dass ich wahrscheinlich jetzt erstmal, ähm, wieder mehr Videos bringe, aber wahrscheinlich geschnittenere. Also jetzt ist mein Schneiderprogramm nicht mehr ganz so im Arsch. Ich habe mich da mal darum gekümmert, um ein besseres Besuch. Und ja, jetzt kann ich viel besser schneiden, was mir persönlich auch mehr Spaß macht. Und jetzt ist das alles ein bisschen besser, finde ich. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in der Mitte. Jetzt habt ihr ein bisschen mehr geschnittene Videos und ja. So, jetzt sind wir auch schon in der Mitte. Ähm, da hinten kommen andere. Ich hoffe, wir kriegen die Sachen. Oh Gott, kommen die? Oh, der vier springt was runter. Der eine kommt. Okay. Oh mein Gott, da haben wir ihn. Alter, was eine Aktion. Der war ungefähr gleich so, der Grip, aber den hätten wir, glaube ich, jetzt auch so. Und da sind wir in der Halbmitte. Oder so nenne ich die mal so. Hälfte. In der Hälfte. Sind wir auf der Hälfte der Mitte. Und ja, da hinten sind die nächsten Gegner. Oh Gott. Okay, den sollten wir safe haben. Außer der vergeben aus dem Koffer... Oh mein Gott, der hatte Suppen. Lol. Leute. Was auch... Der hatte einfach Suppen. Geil. Okay, da kommt der nächste. Ich würde sagen, wir essen Goldapfel. Und Suppen müssen wir uns jetzt am besten alle ganz schnell holen. Und ja. Okay, jetzt müssen wir auf Suppen spülen. So gewinnen wir auf jeden Fall. Okay. Okay. Die sind immer noch hinter uns. Den einen hätten wir. Huh. Der andere sollte jetzt nicht mehr so ein großes Problem werden. Okay, das war ein Schlecht von ihm. Okay. Okay. Was macht er jetzt? Huh. Leute. Also ich hoffe, ich kann euch das alles ein bisschen zusammenschauen. Unser Maid lebt noch. Maid, nicht sterben. Nein. Maid, bitte. Maid, du holst ihn dir. Maid. Ja. Unser Maid hat ihn. Oh mein Gott, Leute. Wir dürfen jetzt nur nicht runterfallen. Oh Gott. Ja, das war klar. Oh Gott, er hat auch so ein... Ja, wir haben ihn. Oh mein Gott, wie schön. Oh mein Gott. Ist das unser Maid hinter uns? Nein. Oh klar. Schön, den hätten wir... Oh Gott. Ah, nein, der Pferde. Ah, unser Maid ist da. Nein, nein, nein. Unser Maid ist tot. Oh Gott. Huh. Nein. Das ist doch jetzt nicht wahr. Das ist doch jetzt nicht wahr. Komm schon still. Als ob. So Leute, und in der nächsten Runde, nachdem wir eben so blöd gestorben sind, ähm, auf dem Map Natur, der Naturin, keine Ahnung, wie man das ausspricht, ähm, und ja, ich glaube, es ist Natur auf dem Map, ich bin mir aber nicht sicher. Ähm, wir haben das beste Equip seit langem. Oh, wir haben sogar einen Helm. Also eine Großplatte fände ich jetzt noch ganz geil, aber sonst kann ich eigentlich gar nicht so verschmieren. Okay, die anderen sind da. Was haben die denn da für eine Kugel? Fünf. Ah, die sind auch gut. Okay. Ah, das könnte bitter werden. Okay, da sind sie. Wir werden 100 Pogingen verlieren, wenn unser Maid nicht kommt, aber unser Maid kommt ja zum Glück. Insofern, komm. Wir haben noch einen Dia. Ey, Digi, komm. Da unten. Okay. Dann, let's go. Okay, komm, ein bisschen schwitzen müssen wir jetzt. Ein bisschen schwitzen müssen wir jetzt. Ein bisschen schwitzen müssen wir jetzt. Ja! Nice, Leute. Oh mein Gott. Ich hätte nicht gedacht. Oh, erst mal Brust weggeschmissen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir die jetzt noch bekommen. Oh, kacke, ey. Läuern, die gute Kugel. Also, dass sie so gute Kugel haben, hätte ich jetzt nicht gedacht. Schlimmes Schwert haben wir auch. Huh. Alter. Leute. Ha. Aber ich glaube, wir. Doch, sie hatten Dia. Ah, der eine war Dings. Nacken und Schwert. Hier, wie heißt es alten Twitter? Also, ich weiß gerade nicht auf Englisch. Wie heißt es denn? Egal. Und Leute, was mir gerade eingefallen ist, ich habe überlegt, ob ich vielleicht auch andere Spiele Let's Playen könnte. Vielleicht auch mal nicht so bekannte. Ich weiß nicht, auch, ich hatte die Idee vielleicht auch so im Totenrohr, wer auch immer es kennt. Ich finde das ganz cool. So und so zu Let's Playen. Minecraft bleibt wahrscheinlich im Vordergrund. Aber vielleicht auch mal ein paar andere Games mit euch anzuzocken. Denn ich persönlich ziemlich cool. Sollen wir in die Mitte gehen, Leute? Ja, no risk no fun, Leute. Ab und in die Mitte. So. So. Oh. Okay, gesaved. Wichtige Lappenaktion, Leute. Schön. Dann sind wir auf jeden Fall schon mal safe. Schön. Oh Gott. So. Jetzt könnten wir uns auch mal Rob machen. Mega cool. Ah, eine Spitzekampe auch. Oh Gott. Oh Gott. Vergissen. Vergissen. Ey, es ist so knapp, Leute. Ey, es ist so knapp. Er steht direkt über uns. Ja. Da ist er. Okay. Nein, 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 nein. Er gibt uns Lowbrow und er gibt uns Lowbrow. Verpissen, verpissen. Da ist er. Komm schon. Ja. Oh Gott. Ich wusste, dass er noch einen nicht braucht. Ich habe es gespürt. Hey, das ist glaube ich die Insel, wo wir eben schon gewonnen haben. Dann gewinnen wir es auch. Locker noch mal. Tschüss. Der wäre down. Da unten ist noch einer? What the hell? Und? Nein, 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 nein. Oh Gott. Oh Gott. Ich hoffe, ich habe noch ein Wasser dabei. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich noch lebe. Ich habe hier mein eigenes Koffer gesnägt. Nein, ich habe kein Wasser mehr, aber natürlich nur eine Spitzhack. Oh Gott. Alter. Ja, oh Gott. Mein Wasser. Ey, hätte ich dieses Wasser nicht gesetzt. Ach du Scheiße, Mann. Ja, man kann es niekend hochschwimmen. Okay, das ist gut. Da unten hat man. Ich glaube, ich hätte es nicht abbauen sollen. Eigener Untergang. Naja, ich würde sagen, wir gehen da jetzt mal runter. Ich versuche, ihn zu holen. Das Wasser fließt jetzt nicht schnell weg. Das ist so schade. Okay. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht von der Falle. Okay. Oh Gott. Okay, dann suchen wir schon mal, wo er ist. Das ist ganz schön. Jetzt wird die Insel immer kleiner. Auf dieser Insel ist nicht genug Platz für uns beide. Ach, da unten hockt er. Haben wir den Tee? Ja. Oh Gott. Ich habe, ich lebe noch. Okay, das war es. Das war es, Leute. Das war es, ey. 100 pro. Ich wette, dass das war. Ey, das ist doch nicht sein Ernst. Stirb. Ne. Ne, das kannst du vergessen. Nein. Jetzt wollte ich gerade was schreiben und dann. Nachdem wir eben so unglücklich verreckt sind, brauchen wir noch eine... Ja, mal hoffen wir mal, dass es jetzt besser wird. Ähm, wir kriegen drei Kisten. Das ist nice. Unser Maid ist es Eve, aber das heißt ja nichts. Ähm, hoffen wir es zumindest. So, da sind wir unsere erste Gegner. Haben wir eine Spitzhecke? Nee, haben wir nicht. Oh Gott. Natürlich. Okay, nochmal jetzt mal schon. Und den sollten wir gleich haben. Ey, was? Er raubt jetzt erstmal den Kill. Was ein Abstauber. Oh. Okay, wir sind voll hier. Ach, Maid, Stevie, Alter. Ja, wenigstens habe ich das mal in den Kill gekriegt. Okay, wir sind voll hier. Ich glaube, mehr brauchen wir gar nicht. Aber wir können jetzt einfach draufgenäumen. Warte, Maid, hier ist eine Hose für dich. Eine Wurst. Okay, er hat Eier. Er ist aus der Mitte. Ja, okay, der hat ihm reichlich viel gebracht. Der hat aber hundertprozentig auch Eier. Stevie! Oh, er kämpft, er kämpft, er kämpft. Das war... Oh nein, Stevie, Stevie. Nein, er hat ihn gekriegt. Aber mich kriegt er nicht, mich kriegt er nicht. Jetzt geht sie los, geht sie los. GG. Okay, jetzt müssen wir halt... Ich hoffe, dass sie sich hochbauen und nicht checken, dass sie den Nordberg schreckt werden. Die meisten denken zum Glück immer, dass es irgendwie ein Pyroschwert. Okay. Ich hoffe, dass sie sich trennen. Oh Gott. Ja, das war dumm. Okay, der eine ist tot. Den einen habe ich jetzt. Jetzt kurz zubauen. Die Dragon. Da ist es zu essen. Schön, und den anderen können wir uns jetzt auch gleich holen. LOL. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie springt das manchmal einfach um. Schön, die sind voll. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt rein. Okay, er ist da unten. Oh Gott, er hat uns gut gegeben. Er hat uns gut gegeben. Okay, er hat low ground. Okay, wir kommen nicht. Das war... Oh Gott. Oh Gott, wir haben ihn. Oh Gott, Alter. Ich dachte, er hätte Goldapfel gegessen. Okay, er scheint schon ganz gut zu sein. Oh Gott. Okay, einmal haben wir ihn runtergehauen. Das heißt, das können wir ihn auch nochmal schaffen. Sorry, mate. Oh Gott, er hat einen EP. Oh Gott, er hat Suppen, Leute. Wir müssen auf Nobback spielen. Jetzt müssen wir auf Nobback spielen. Als ob er Suppen hat. Oder Fisch. Okay, das ist jetzt nicht so geil. Das läuft nicht ganz nach Plan. Ich hoffe jetzt einfach, dass er irgendeinen dummen Fehler macht. Jetzt. Könnten wir ihn haben. Nee, doch nicht. Ich will es auch nicht so Pussyhaft spielen. Oh nein, das war ein dummer. Okay, jetzt, jetzt. Jetzt. Ja, wir haben ihn. Oh Gott. Oh, schön. GG. Als ob hat er sich gewettet. Hä? Doch, wir haben ihn. Oh. GG, Leute. Äh, GG. Ja, dann haben wir doch noch mal zum Abschluss der drei Runden gewonnen. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, es gefällt mich so, wie ich es jetzt mache. Und bis zum nächsten Mal. Hopp rein. Ciao.